Wo ist es denn jetzt? Oh nein. Was denn? Ich hatte jetzt schon die ganze Zeit rote Pinksspücher rausgeflogen. Warte ich komm hoch. Ich steh mitten im Gang. Nein. Wie oben im langen Bürogang. Okay ich seh dich. Oh Mann. Die Feuerwehr. Ich kann nicht überall sein. Physikalisch unmöglich. Ja wie ich laufe geil. Du hast jetzt was nehmt. Ich connecte. Es ist schon irgendwie mal vorgekommen aber da hat sie dann halt irgendwie naja Probleme gehabt. Dünnschiss sozusagen. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das musste meine Freundin machen. Die arbeitet in der Pflege. Die ist alles gewohnt. Olli ne. Wir haben es ja schon mit aufgeklärt. Ne das kann ich auch nicht. Das ist schon die Konsistenz und alles. Kommt mit der Würgereizung. Wenn das auch noch warm ist. Oh. Oh. Du musst das erst abkühlen lassen. Ich bin jetzt an der Halle dran. Ich kann nur vorne sehen. Falls er rausläuft. Ich bin in der Halle drin. Ich sehe und höre nichts mehr. Die geschlossene. Ja. Dann ist Sturmann noch nicht da. Oh. Hier hinten hat jetzt einer. Richtung Wasser. Hat einer geschrien. Wohin, 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 wohin. Hey. Also beim Stöbern unseren Polyguards. Ist das so. Wenn die mal schreien. Warte. Die schießen die eigentlich schon. Hier kommt traurig jemand. ich hab ein ich bin tot ich bin hier diesen blöden jetzt war das alles umsonst ich hab mich geopfert hallo ist wahnsinnig danke thomas 1000 bits du verrückter danke dir heute hat sich einer im forum beschwert dass er hier am auto exit immer weg gesnipet wird ach so wenn du zu weit hinter gehst schießt dann sniper auf dich ach so ja immer kommen kennen weißt du ja und das ist dann so alles voller cheater und sniper da ist ich gehe immer am exit am auto exit der countdown läuft sagt er und ich werd wieder gestreckt hinter dem felsen oder oben im ressort ja hinter dem felsen du hast es ja ja kommt ihr zu uns es sind zwei oh lauf weg lauf weg ich hab den nade ich hab den nade zu dir geworfen lauf lauf ach so wollte ich erzählen jedenfalls wollte ich die suppe kochen aus dem zeugs so wasser aufgesetzt zeugs reingeballert also hier dann den kram und dann wollte ich erstmal kochen weich kochen weil das kriegste sonst so ich hatte ja auch noch die flügel abgeschnitten die flügel brate ich halt nicht mit bloß die die hinterläufe sozusagen also die beine und den rest koche ich halt naja und jedenfalls hochgegangen wieder in meine bude und die quests gemacht okay ich bin hier unten drin dann die da hier 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 wo ist der zweite habe ich einen umgelegt ich weiß es nicht ich hatte ihn zuletzt gesehen am fels und da habe ich jetzt was schwarzes gesehen habe ich drauf geschossen ich habe ihn gesprengt komplett vergessen du auf einmal denke ich alter du hast doch noch was auf dem herd junge ich komme in die küche die gute du hast die hand vor augen nicht mehr gesehen die squallen durch den topf erst mal vom herd gezogen ja und dann fenster angekippt meine frau kam dann minuten später zum glück hat sie nicht gemeckert der topf sah aus unten eine rußschicht die bute hat gestunken ach so und ihr die feuermelder sind angesprungen das wundergarant und wieder leer ausgegangen ich habe einen gesprengt wie so eine alte brücke ach man das zählt aber nicht als kind für meine granaten sehr schön danke außenbezirk oder waren wir hier schon dran nein nein hinter mir nein alter unsere rauchmelder da oben an der decke alter das war krass weil ich fand das gar nicht so schlimm also in der küche schon aber da hatte ich ja die tür zu dann wieder gemacht ja und trotzdem war dann im flur der der rauchmelder angesprungen aber ein lärm hat das ding gemacht anders weder du ja du musst ja auch wach werden zum Beispiel wenn du schläfst du ich geh mal schick raus naja da habe ich dann den topf erstmal abkühlen lassen und geschrubbt ja da ist jetzt 1a ausgebrannt den kannst du dir ans auto hängen als auspuff naja es geht also ich habe jetzt dann noch ein bisschen geschrubbt so dann mit so einem scheuerschwamm zum stahlschwamm man kann ihn man braucht noch mal eine behandlung oder bist du das ne ich bin das nicht kommt was rein bei dir vorne hm hey geil das habe ich ja noch nie gehört danke für den für den alert kids say yeah geil danke für die bits dafür oh hier ne pm geil 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 oh level 10 armes schwein ich bin übelst zerfetzt man oh ich habe mich dann auch noch verklickt vor lauter hektik hast du ihn echt so sehr schön sehr schön diese ratte alter schwede und ich sage noch ich denke noch aber ich weiß nicht ob er alleine war ich muss mich noch mal er hat mich wirklich geschossen oh hab ich mich erschrocken und dann sämtliche knöpfe gedrückt die natürlich jeder davon eine falsche war normal naja was muss das muss was muss das muss die skews erschießen sich nicht von selbst leider komisch komisch also habe Alter. Wenigstens haben wir den richtigen Schlüssel gekauft. Oh, und ein M4. Oh. 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 Hä, ich war um die Ecke, Alter, ich war doch schon hinterm Container, das gibt's doch gar nicht. Nicht mit mir, ich habe meinen Loot zu verteidigen und eine Quest abzugeben. Ja, rumspringt. Alter. 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 Ich habe dann gewechselt, weil ich dachte, ich habe da noch Die hat eine Ladehemmung, das scheiß Ding Irgendwie hink da eine Patrouille irgendwie raus, ne? Bestand ein Skeffaneräcker Hat dumm aus der Wäsche geguckt Weil der Idiot das schon wieder aus dem Ding rausgenommen hat Weißt du, wenn du die Dock Aces rausmachst und ein anderes mitnimmst Und dann legt das eine Dock Aces mit dem Geld halt in der Mumeta und du kaufst was Dann wird das erstes Geld aus dem Dock Aces rausgekauft Ja, das finde ich sinnlos, Auro So, seit zwei Jahren rege ich mich das blöd an So ein blöder Typ ist das Also, jedes Mal, selbst wenn wir jetzt drüber aufregen, kriege ich schon wieder Geschwüre Geschwüre Scheiße Ich musste meinen Mac wechseln Oh, fuck Dieser Hungensohn Mann Pian, danke für deinen Sub Freue ich mich, Dankeschön Freue ich mich, Dankeschön